hallöchen meine lieben ich hoffe das wird jetzt wirklich nur ein kurzes video denn ich bin hier schon ganzen tag am gackern bzw eigentlich schon seit gestern bin da aber noch nicht dazu gekommen wirklich viel zu machen ich habe mir was gekauft das zeige ich euch jetzt gleich und ich habe auch schon eins davon zusammen gebastelt deshalb lache ich auch die ganze zeit werdet ihr aber gleich sehen und 1 habe ich vorbereitet das bauen wir zusammen 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 klingt auch toll genau das bauen wir zusammen also ich baue das zusammen und ihr könnt zugucken egal genau also ich habe mir bestellt und zwar bei bastelwelt schobes heißt das so ja ich glaube ich bin ja ein absoluter sperrbein das fände schon immer gewesen ich habe da auch dieses mansley kit gehabt da gibt es ja unterschiedliche dieses large die small die und so weiter und so fort das habe ich dann irgendwann gekündigt weil ich genau das war so die zeit kurz vor der reha und vor der trennung und so weiter und so fort na egal und jetzt habe ich aber auch wieder aktiviert und ich habe mir auch den adventskalender von sperrbein das geholt und den zwölf tage 12 days of stitch mess nicht weil ich so gerne sticke das tue ich nicht aber ich finde alle formen wo man sticken kann eben von den mustern her schön vielleicht komme ich auch noch mal dazu zu sticken egal jedenfalls hatte ich bei youtube dann was entdeckt und habe gedacht oh mein gott das muss ich haben ist schon ein jahr alt also es war schon vor einem jahr bei sperrbein das im shop aber ich habe wie gesagt ja letztes jahr chaos jahr gehabt zum ende hin und deshalb habe ich es überhaupt nicht mitbekommen und da das eher weihnachtlich winterlich ist ist es mir auch das ganze jahr nicht vorgeschlagen worden egal ende vom lied ist ich habe es entdeckt ich glaube weil ich wissen wollte was letztes jahr in dem 12 days of stitch mess drin war und dann wurden mir genau diese dinger gezeigt und zwar nennen die sich denzing und dann eben je nachdem da gibt es ganz viele von ich habe mir geholt jetzt kommt einen pinguin und wenn man den also das sind hier lauter kleine einzelne teile lassen sich easy ich habe ja hier die die kleine von stamping ab perfekt also ich muss da nicht extra die große aktivieren und 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 die steht nämlich hier bei mir unterm tisch die müsste ich erst raus kramen und so weiter und so fort also die kann man easy mit so einer mini stanzmaschine machen man kann auch ideal restpapiere wegarbeiten weil das wirklich alles teilweise kleine stücken sind wo man zum beispiel ich nehme mal kurz eins hier rein theoretisch dann irgendwie was machen könnte so genau also den pinguin habe ich mir geholt dann habe ich mir geholt das tütchen ist schon kaputt damit ich aufpassen dass ich nichts verliere dann habe ich mir geholt dancing achso der nennt sich dancing penguin penguin die nennt sich dancing gingerbread da gibt es ein männlein und ein weiblein die habe ich jetzt noch nicht zusammengebastelt den habe ich schon zusammengebastelt die schaffe ich heute nicht mehr und dancing gifting maus schaffe ich auch nicht mehr also das sind leider die müssen warten die kommen dann beim nächsten mal die vier habe ich mir jedenfalls bestellt und ich war total oh mensch wann kommen sie endlich wann kommen sie endlich das ging auch recht fix also ich glaube bestellt und zwei tage später waren sie da ich habe es leider nicht vorher geschafft zu basteln aber ich zeige euch mal den pinguin also ich hoffe ich kriege das auch in die kamera da ist noch kein spruch drauf ja auf der karte ich habe jetzt einfach nur mal irgendwie was gebastelt und hier also ja im liegen ist natürlich schlecht ne ich gucke mal ob ich das hier irgendwie eingefangen kriege seht ihr wie die naja ich habe hier eine erhöhung drin und das natürlich doof ne also sowas sollte man vielleicht nicht machen aber wenn man hier ich versuche das mal irgendwie so seht ihr ne seht ihr nicht ne egal also die wackeln jedenfalls hin und her man ärgert mich schon ein bisschen dass ich jetzt hier diesen schnee da als erhöhung könnt ihr nicht sehen schade 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 ja egal also auf jeden fall tanzen die hin und her guck mal warte ja so jetzt also egal jedenfalls wenn man die karte hier so naja lässt sich schwer machen wegen der erhöhung hier nächste mal mache ich das nicht genau den habe ich mir jetzt zusammen gestanzt aus allen möglichen kleinen papierchen restpapierchen und so weiter und so fort jetzt habe ich weil den habe ich ja schon zusammengebaut und ich will euch ja schnell zeigen wie es geht beziehungsweise es ist ganz easy habe ich mir den hier ich finde den so cool bin ich richtig verliebt in den dancing figgy pudding also ich gehe mal von aus dass wo immer das bearbein das sitzt irgendwie weihnachtszeit hier so ein pudding kram ist hier mit frosting drauf und so weiter und so fort ich habe schon alles ausgestanzt was wir brauchen ja also ich hole mal die teile ran die hier das brauchen wir auch das gehört da auch zu so ich habe schon alles ausgestanzt und ich habe ihn auch schon wenn man den nämlich ausstand dann hat er hier natürlich löcher ich habe hier hinter schon ein streifen rosa geklebt und ein streifen schwarz damit die augen und die wand und ich habe ihn schon ein bisschen geinkt weil ich habe da restpapier genommen zeige ich euch war so ein stück da habe ich mir den ausgestanzt genau so und jetzt bauen wir den mal zusammen also ich lege mir den jetzt hier nebenhin weil ich muss ja gucken wir holen uns mal hier alles so dann hat er ja hier hier hat er ja so ein so ein ich weiß nicht was das wie das wie die heißt das habe ich auch aus reststücken gemacht und muss mir mal kurz die roten bären hier wo ist die dritte da hängt sie so genau also ich fange mal mit den bärchen an die überlappen auch so wie ich das mitbekommen habe ich hoffe ihr seht das ihr seht das die überlappen auch so wie ich das mitbekommen habe in den videos die ich gesehen habe aber dann ist es schlimm normalerweise hätte ich mich jetzt auch ganz alleine über über meine tanzenden figuren hier gefreut aber ich dachte mir also ich habe mich wirklich weggeschmissen also schon alleine bei den videos die ich gesehen habe habe ich mich weggeschmissen weil die mädels aus amiland oder wo sie alle herkommen die die gebastelt haben die haben sich da auch weggeschmissen weil wenn man jetzt nicht gerade so wie ich jetzt hier hups wartet mal muss man hier ein bisschen aufpassen wenn man nicht so wie ich gerade hier so ein so eine erhöhung gemacht hat dann tanzen die nämlich echt richtig cool und da gibt es also es gibt da auch noch ein rentier irgendwie von wir lassen das mal ein bisschen trocknen weil das trocknet ja schließlich klar so dann die schüchen genau habe ich alles schon also ihr könnt ihr ja auch farben wählen wie ihr wollt ich wollte jetzt passend zu meinem hintergrund das heißt passend zu meinem hintergrund den habe ich ja erst danach gewählt egal so kriegt er seine schüchen an und das schöne ist es ist alles so dass ihr genau wisst wo es hinkommt also es ist selbst erklärend quasi so die andere seite und ihr braucht da auch gar kein extra irgendwie im brett oder sonstiges sondern das macht ihr alles mit foam pads damit ihr nachher tanzt das zeigen wir euch gleich der figy und ich so haben wir das auch dann hat der ärmchen die natürlich handschuhe haben auch die kriegen wir erst mal hier rauf also ich bin ja wirklich normalerweise jemand der echt gerne schnelle karten bastelt aber das sind karten also unabhängig davon dass man hier wirklich gut reste weg stanzen kann weil den muss man ja nicht den pudding kann man ja auch zu anderen jahreszeiten zum geburtstag oder sonstiges machen also meine dann lässt man eben die lorbeeren da oben weg oder was immer sind diese bären eben so das hammer dann hat er ja einen schal und den müssen jetzt auch zusammensetzen und zwar kommt das hier unten hin hier sind so weiß ich nicht wenn weiß es schlecht in der kamera einzufangen aber vielleicht könnt ihr das ja sehen genau da sind so seht ihr ne da seht ihr genau also so linien da seht ihr genau wo was hin muss also wo ihr was anliegen müsst so und das glitzer papier hier ich glaube dass aus irgendeinem actionblock vom letzten jahr da gab es ja schon diese glitter dinge da kommt noch eins hin und zwar das glaube ich genau das war hier so ein ja das war in meinem in meinem fundus eben so wartet mal jetzt muss ich nämlich jemanden die ins licht halten ich sage euch so herrlich und ich lache ja gerne und dementsprechend habe ich auch voll bock gehabt diese karten zu basteln beziehungsweise diese figürchen zu basteln karten ich meine wir setzen die jetzt auf dem hintergrund rauf dann ja aber wir müssen mal gucken sprüche mache ich heute nicht ich will nur die figur zusammensetzen so jetzt haben wir hier noch so ein paar und mal gucken wie die sich zusammensetzen ich muss mal gucken glaube der kommt hier hin der weiß ich nicht andere seite glaube ich ich muss mal gucken weil hier sind ja wie gesagt hier sind ja glaubt der gehört dahin der weiß ich noch nicht ich muss gucken wie es kommt so ich glaube der gehört dahin wir werden mal sehen dann gehört der dahin könnte sein dann gehört der hier hin nee der gehört dahin ich muss mir das vorher erstmal so rauf setzen damit ich weiß so genau okay ja jedenfalls ich bin ja sonst so keine fummel ja machen wir es eben anders keine fummel diese das ist mir ja immer alles viel zu filigran und 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 aber das macht richtig spaß und da macht selbst mir also ich meine ich mag ja auch dieses bild flower von von alten jungen und das ist ja auch nichts anderes ne also quasi alles ausstanzen und ich mag es wenn man die kleine stanzmaschine benutzen kann weil die große ist eben immer ein bisschen aufwendig die erst mal also die steht bei mir auf dem rollwagen unterm tisch aber es ist ja trotzdem ne man muss die großen platten rausholen man muss wegen kleinen stücken ist das total nervig ich bin ja da eher die die denn ja sieht gut aus wir haben es gleich also das zusammenbauen ist ich bin wie gesagt ne grobmotoriker wisst ihr ja und äh habe da so meine problemschins bei filigranen sachen ich glaube der ist viel zu weit der muss dahin so wir legen da mal wo ist er denn egal dann legen wir da so eine stanze rauf weg so ähm das haben wir das haben wir das haben wir die bärchen haben wir jetzt kommt so kommen wir zu ihm jetzt ist natürlich blöd wenn ich das hier mitten im weg legen ne so geht mal beiseite hier so und der hat ja hier so ein frosting drauf total cool also auch das erklärt sich von alleine wie es angelegt wird also wenn ich mehr zeit hätte ich sag's euch dann würde ich da wahrscheinlich den ganzen tag nur diese figuren basteln aber also die woche ist ich hab ja wirklich ich bin ja noch bei dem ich habe ja gesagt dass ich den den t-adventskalender den dörte gemacht hat so ein bisschen abwandeln wollte für mich ne mit gummibärchen so guck mal hat er das schon und jetzt kann er ja seine bärchen hier drauf kriegen ja machen wir mal so ja sieht doch schon mal gut aus schal warten wir mal noch kurz so und das ist hier hier der mechanismus ne wo er nachher wackelt das heißt wartet mal ich wir machen erst mal wir gucken mal also der soll ja ich würde den wahrscheinlich eher hier unten hin machen und dann oben spruch weil wenn der jetzt hier drauf ist der kommt ja dann hier so rauf ist genug platz für den spruch so wo sind meine foam tapes da ich habe hier unterschiedliche größen ihr könnt das auch mit eckigen machen ich habe aber auch runde und deshalb nehme ich auch die runden und dann nehme ich die mittlere größe die ich hier habe und dann setzt ihr euch den also ich setze jetzt mal hier hin so rein theoretisch würde einer schon reichen ich mag es aber gerne wenn es doll wackelt deshalb setze ich dann noch einen drauf so dann müsst ihr falls ihr euch die auch holen wo also ich kriege kein geld dafür ich verlinke euch das unten von menis bastel shop ich kriege kein geld dafür das ist keine verliert link ich habe mir dieselbe gekauft aber falls ihr lust habt euch auch diese tollen figuren hier zu kaufen dann kann ich euch die links unten rein packen ich hoffe ich vergesse das nicht wenn ich liefer ich sie nach eventuell morgen weil heute wird es dann wahrscheinlich schon spät ich muss noch genau so jetzt drehen wir uns den mal um und machen mal die händchen ran wollen ja mal so für mich darf der hier gerne so und wenn ihr so eine kreise hier habt wisst ihr immer genau da muss der klebepunkt drauf beziehungsweise da soll es festgeklebt werden entschuldigung so nummer uno die dinge so herrlich und nummer zwei der darf gerne feiern so jetzt würde ich den ja hier so rauf setzen also damit man die rundung von den dings nicht sieht das cool aber vorher machen wir erstmal den komm her hier den schal naja hätte ich auch besser machen können aber egal so ja und auch karte verzieren oder so das mache ich alles später wartet ich muss den mal jetzt hier kriegst ja sonst nicht hin den hier richtig also ihr könnt euch den so richtig hinschieben dass beide enden hier so richtig abschließen kann doch sein dass ich glaube den richtig gemacht so und dann kommt der ja hier quasi oben ran zumindest laut bild und dann haben wir es ja auch schon fast dann müssen wir nur noch so genau so also die bärchen sind noch nicht richtig trocken aber ist nicht so schlimm so also ich will den pudding so rauf setzen damit die beinchen unten also das hier nicht durchguckt das heißt quasi auf augenhöhe kommt hier das heißt ich muss hier oben auch foam tape hin machen und ja normalerweise hätte ich jetzt einen großen genommen also das habe ich bei den pinguinen gemacht der hatte so einen schönen großen kopf das kann ich jetzt hier nicht also nehme ich mal von denen hier zwei und natürlich muss ich mir die auch erhöhen denn wir sind ja bei dem für die beinchen auch doppelt aber wenn ich alles so viel hätte wie foam tape falls ich aus der kamera raus bin ist nicht so schlimm ich piek's hier nur meine foam tapes auf das seht ihr ja dann zum glück sehr sehr schön so muss man hier meine bären hier ein bisschen den kleber weg machen eine schmaler ließe bin ich also ehrlich so dann mache ich das mal hier oben ab den hier auch so kann losgehen also muss mir den mal hier so richtig falls ich jetzt im bild bin es tut mir leid achso ne ich mach das mal anders ich mach das mal so und so vielleicht einfacher so cool so cool das problem ist ja seht ihr das so cool also ich kann es leider nicht hochkant in die kamera halten aber es ist so cool ich ja also wie gesagt ich bin ja schon den ganzen tag am lachen weil ich diese figuren hier einfach nur super super cool finde ja also ein tanzenden pudding und ich freue mich wenn ich die ginger retz und so zusammen packen ich muss mal gucken also heute ist donnerstag und ich bin ja auf jeden fall bis samstag noch hier ja ich weiß aber nicht ob ich morgen dazu komme weil ich für meinen chef noch was fertig machen muss was ein bisschen aufwendig ist da sitze ich ja schon seit einer ganzen woche dran und ja ich glaube das hat er sich einfacher vorgestellt als es ist aber egal also wartet ein pudding mit lackstiefeln also was soll ich euch sagen ich bin total verliebt in diese dancing peoples hier und ja also wer lust hat ne dem kann ich das nur empfehlen und ich fand die auch gar nicht teuer also ich glaube am teuersten war die maus oder das gingerbread ich weiß es nicht ich glaube der hier hat nur 14 euro noch was gekostet ähm der pinguin hat auch nur 14 euro also eine von denen war ich glaube die war am teuersten weil da eben zwei drin sind und bei der maus die war auch ein bisschen also die hat 21 noch was gekostet ich versuche es euch zu verlinken ähm hupsala ich kann euch nur sagen es macht riesen spaß und wenn man hier nicht wie ich so hier ne blöd ist und eine schneelandschaft macht dann ja dann ne kann man auch den hier Schlittschuh laufen sehen und schon hängt er wieder aber der hier deshalb habe ich hier jetzt auch nichts mehr unten gemacht der ist so cool wie geil ja und bei den gingerbreads also so viel kann ich euch mal sagen da wackelt dann der ganze körper also da sind dann die köpfe quasi wie beim figi pudding hier fest und der körper wackelt hin und her die haben ja keine wirklichen beine in dem sinne und bei der maus da wackeln auch die beine also es ist wirklich total cool und ich werde die beiden auch noch machen aber nicht mehr heute denn es ist spät und ich muss ja auch irgendwann wieder ins schweckchen es ist spät es ist spät genau also ich werde das video jetzt erstmal hochladen und falls ich es nicht schaffe heute die links zu zu packen mache ich das auf jeden fall morgen in dem sinne wünsche ich euch viel spaß und ja also ich glaube irgendeiner von euch wird auf jeden fall eine tanzende puppe hier eine tanzende figur als weihnachtskarte von mir kriegen ich finde die wirklich mega mega cool ich bin schon echt am überlegen ob ich nach dresden meine stanzmaschine mitnehme und ein bisschen papier und kleber und mir diese figürchen hier schon stanze und zusammensitze weil ich finde die echt hammer und das sind so lustige weihnachtskarten also ich meine alleine schon ist der nicht süß so süß ja ich sage ich bin schockverliebt ne also von daher auch der pinguin total süß da ärgert mich wie gesagt jetzt ein bisschen die schneelandschaft aber egal ähm ja also ich glaube mehr freude hätte das bärwein das mir nicht machen können und ich kann euch mal verraten dieses oktober kit was jetzt irgendwann kommt ich also es dauert ja nach deutschland immer ein bisschen länger das äh ist auch total geil also auch das werde ich euch dann präsentieren also ich kann euch sagen sperlbein das hat's einfach mal drauf muss ich mal so sagen ist übrigens unbezahlte werbung hier so also ich verabschiede mich damit das video nicht zu lang wird und ähm ich hoffe wir sehen uns beim nächsten video wieder tschüss tschüss tschüss